Paul behauptet steif und fest, die Installation und der Betrieb der IBM Power Server sei aufwendig und mit großem Know-how-Transfer verbunden. Doch das stimmt nicht mit den Erfahrungen überein, die Stephanie gemacht hat. Sie hat es selbst ausprobiert und weiß, mit der integrierten Virtualisierungslösung Power VM wird der Betrieb des Rechenzentrums stark vereinfacht. Die Workload-Konsolidierung auf wenigen Servern garantiert ein benutzerfreundliches Management der gesamten Infrastruktur. Stephanie erklärt Paul, wie dank Power-Systemen klassische SAP-Anwendungen auf relationalen Datenbanken zusammen mit SAP HANA-Anwendungen betrieben werden. Sogar das Virtualisierungsmanagement wird effizienter. Installation und Konfiguration sind dank der intuitiven Benutzeroberfläche ein Kinderspiel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017